Hi! Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir mit unseren ADAS-Brains vom ewigen Planen endlich ins Tun kommen. Aus dieser, sagen wir mal, ADAS-Paralyse, die uns sehr oft vielleicht auch heimsucht, auszusteigen und voranzukommen. So, dass wir das erreichen, was wir uns individuell wünschen. Ich weiss, es ist nicht einfach. Ich selbst lebe ja mit meinem ADAS-Brain und wie oft bin ich schon zwischen diesen zwei Zuständen hier und her gefallen? Voller Aktionsmodus oder totale Paralyse und Blockade. Aber ich weiss einfach, dass es Strategien gibt, damit wir unser Leben so gestalten können, dass wir es auf Repeat leben wollen. Und was heisst jetzt das genau, das Leben auf Repeat zu leben? Was das genau bedeutet für dich, bestimmst du. Es geht dir nicht um Performance oder Leistung. Es geht auch nicht darum, neurotypisch zu werden. Es geht vielmehr darum, dass du die Hürden, die zwischen dir und deinem Wunschleben stehen, erkennst und idealerweise nach und nach überwinden kannst. Und du musst auch nicht alles aufs Mal ändern, um Himmels Willen. Fang einfach da an, wo es für dich am einfachsten scheint oder dort, wo es dir jetzt gerade am meisten wehtut. Je nachdem, was dein Ziel ist. Daran fangen wir gleich mit der ersten Strategie an. Vergiss jetzt einfach mal alle Tools und Tipps, die einfach nie für dich funktioniert haben, auch wenn du sie tausendmal ausprobiert hast. Denn das Problem ist, wenn du gefühlt immer an etwas scheiterst, auch wenn es einfach nur an ungeeigneten Tipps liegt, in diesem Falle, hast du logischerweise das Gefühl, minderwertig zu sein. Denn dein Brain sagt dir, ja, du kannst es nicht, du schaffst gar nichts. Denn das schlägt einfach auf den Selbstwert, vor allem nach Jahren des Versuchens. Überlege lieber, wie du die Dinge auf dich anpassen kannst. Dann geht es darum, die ständige Überforderung abzubauen. Die kommt nämlich sehr häufig daher, dass wir von ganz vielen kleinen oder grossen Entscheidungen blockiert werden. Diese Entscheidungen müssen wir aber eigentlich gar nicht gleich alle treffen. Aber unser buntes Brain weiss es nicht, denn es prasselt alles aufs Mal auf uns ein. Und das sind tausend Ideen, alles ist gleich aufregend, gleich interessant, gleich dringend. You know it. Und auch die Anforderungen, die von außen kommen, scheinen gleich wichtig. Und wenn du nur ein bisschen so bist wie ich, dann weisst du, wo das endet. Richtig, in der Entscheidungsparalyse. Okay, Simone, hör mal auf, immer von den Problemen zu sprechen, sondern komm mal in die Lösung. Also, wie kannst du das etwas bändigen? Indem du von Anfang an so wenige Optionen wie möglich zur Auswahl hast, denn dann musst du dich auch nicht für tausend Sachen entscheiden. Und das geht, wenn du eine mehr oder weniger klare Idee davon hast, was eigentlich dein zugrunde liegender Wert im Leben ist. Quasi dein Ziel, was du in deinem Leben erreichen willst. Das, was dich tagtäglich zum Handeln bringt. Und nein, ich lasse es nicht gelten, wenn du sagst, du hättest kein Ziel oder keine Ziele. Ich weiss, es fühlt sich manchmal so an, wir alle haben ein Ziel oder einen bestimmten Wert oder einen Wunsch, den wir uns erfüllen wollen, ob bewusst oder unbewusst. Du nennst es vielleicht anders, eine Vorstellung von einem idealen Leben, ein Grundbedürfnis, ein Wunsch, der Sinn etc. Und genau dahinter stecken eben zentrale Werte, die du verfolgen möchtest oder nach denen du leben möchtest. Und wenn du deine Werte kennst, dann siehst du in diesem ganzen Durcheinander viel besser, was eigentlich von all dem, was du gerade gefühlt in Aufgaben jonglieren musst, wirklich relevant ist. Und du siehst auch, was nicht relevant ist. Und diese Dinge sind dann halt einfach keine Option. Ich habe zum Beispiel den Wert Frieden in meiner Selbstständigkeit, neben Freiheit auch noch. Das heisst, dass ich alles, was mein Brain jetzt wieder Neues tun will, weil spannend und weil ich das Gefühl habe, es tun zu müssen, kurz prüfe, gibt dir mir das denn diesen Frieden und auch diese Freiheit? Oder wenn ich mal wieder das Gefühl habe, etwas zu verpassen oder noch etwas zu brauchen, brauche ich das wirklich und muss ich das wirklich tun? Frage dich, warum denkst du eigentlich, etwas Bestimmtes tun zu müssen oder zu wollen? Und warum ist dir das so wichtig? Was gibt dir denn das am Ende des Tages? Wenn es dir wichtig ist, welcher Wert oder welches zentrale Bedürfnis, das du hast, steckt da eigentlich dahinter? Bringt dich das, was du gerade tust oder all diese Dinge, die du gleichzeitig tun willst oder dich gezwungen fühlst dazu, bringt dich das in diese Richtung? Und wenn nein, dann überlege dir, was dich denn jetzt in diese Richtung bringen wird und warum du eigentlich diese anderen Dinge tust. Und vielleicht fragst du dich jetzt, und was, wenn ich trotzdem nicht in Bewegung komme und nicht anfangen kann, auch wenn ich jetzt ein Ziel habe? Bei mir und auch meinen KlientInnen ist es oft so, dass wir alles auf einmal sehen, oder? Den ganzen Berg an Dingen, die wir in nächster Zeit tun müssen. Und für mich hilft da immer zu überlegen, was denn jetzt der kleinste Minischritt ist in die richtige Richtung. Ich sollte zum Beispiel eine Bewerbung schreiben. Dann setze ich mich erstmal an meinen Tisch. Und wenn das geklappt hat, dann öffne ich mal die Stelle, auf die ich mich bewerben möchte. Und dann ein Dokument, in das ich was reinschreiben möchte, zum Beispiel. Wirklich, auch wenn es sich blöd anfühlt, einfach total kleinschrittig denken. Denn jeder Fortschritt ist ein Fortschritt. Da. Ein weiterer wichtiger Schritt für mich ist, dass wir ein Ausbrennen so gut wie möglich verhindern in unserem Leben. Also, dass du dein Energiekonto immer wieder ausgleist und schonst. Klingt paradox, weil es geht ja um Vorankommen, oder? Das ist doch busy, busy, busy und Leistung, Leistung, Leistung. Nein, ist es nicht. Und es ist auch nicht paradox. Denn wenn wir immer auf Vollgas alles machen, bleiben wir zwangsläufig irgendwann liegen. Das Leben ist mehr als nur Leistung und selbstloses Geben, bis wir umkippen. Ja, vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung. I don't know. Und für mich geht es im Thema Energiekonto schonen vor allem um zwei zentrale Dinge. Dieses Aussortieren, was ich vorhin besprochen habe, was du wirklich alles erledigen musst in deinem Leben, im Kleinen und im Grossen. Und zweitens, dir Platz für Erholung, Zerstreuung und Selfcare zu schaffen. Was heisst jetzt das eigentlich genau? Zeit für Selfcare. Weil wir haben immer so ein komisches Bild vor uns. Und Selfcare ist nicht einfach, in die Badewanne zu sitzen oder nur sich irgendwie Wellnessgeschichten anzulachen oder nur da zu liegen. Denn Selfcare ist manchmal auch unangenehm. Also es geht tatsächlich auch darum, dass du lernst, Nein zu sagen zu Dingen, zu denen du bis jetzt halt einfach eben selbstlos Ja gesagt hast. Oder dass du dir mehr Struktur gibst im Alltag, was ja am Anfang doch ziemlich anstrengend sein kann, vor allem mit deinem ADAS-Brain. Und darum ist es so wichtig, dass du dich fragst in deinem Leben, wo verschwende ich Zeit, die ich zur Erholung und Selfcare nutzen kann. Und es geht wirklich auch darum, dass du dich immer wieder fragst, wenn sich wieder alles auftürmt und du viel zu viele Dinge auf der Platte hast. Was musst du wirklich tun und was kannst du auslagern? Gibt es vielleicht irgendjemanden, der dir so etwas gerne macht, was bei dir überhaupt nicht funktioniert? Oder kannst du sonst etwas auslagern, etwa indem du jemanden dafür bezahlst? Oder hast du vielleicht sogar Unterstützung vom Staat zugute? Das gibt es ja auch. Und natürlich ist auch ein Blick in den Arbeitsalltag wichtig. Kannst du irgendwas anders organisieren? Machst du Dinge, die du eigentlich gar nicht machen solltest? Kannst du dein Pensum reduzieren? Nur um einige Beispiele zu nennen. Wie viel bringst du eigentlich deine Pausen bei der Arbeit? Erholen die dich wirklich? Oder gibt es Dinge, die erholsamer wären als die, die du jetzt gerade machst in den Pausen? Wie viel kannst du eigentlich realistischerweise pro Tag produktiv arbeiten? Ich weiß, das ist in einer Festanstellung natürlich ein bisschen schwieriger, aber trotzdem ist das eine spannende Frage. Und ja, was tut dir einfach privat gut? Und wie kannst du das besser in dein Leben einbauen? Damit ich meine Energie besser manage, muss ich zum Beispiel auch auf YouTube mehr über mein Angebot sprechen, auch wenn meine Rejection Sensitivity jetzt gerade auf Stufe Rot kommt. Mal schauen, ob ich folgenden Satz als Ganzes sagen kann. Also, wenn du ein ehrgeiziges, buntes Brain bist, endlich aus deiner ADS-Paralyse aussteigen und dir einen Arbeitsalltag erschaffen willst, der nicht sackt und du dir deine Zeit, Energie und Freude ins Leben zurückholen willst, dann schreibe mir eine E-Mail, WhatsApp-Nachricht oder buche ein kostenloses Gespräch mit mir. Du findest alles unten in der Beschreibung. So, geschafft. Dann kommen wir zu dem, das ich vor langer Zeit mal angekündigt habe, und zwar das Anpassen von nicht ganz so guten Tools und Strategien und Systemen, die du irgendwann einmal gesammelt hast. Nimm die Strategien, die so halb funktioniert haben und werde erfinderisch. Denn es ist nicht unbedingt so, dass diese Strategien einfach ein Scheiss sind, sondern es kann einfach sein, dass nur ein Teil davon gepasst hat. Und darum ist jetzt wieder mal eine Frage, wie könntest du diese mehr auf dein neurodivigentes Brain anpassen, auf dein Brain? Vielleicht kannst du einfach ein Teil streichen oder vielleicht ist es auch nicht notwendig, dass es du so streng durchziehst. Manchmal haben wir da ja Vorstellungen von Routine, aber das ist dann ein anderes Videothema. Kurz Strategie nehmen, fragen, was davon funktioniert hat, das nehmen und anders anwenden oder vielleicht auch Dinge kombiniert miteinander. Und es ist hier ganz wichtig, dass du verstehst, dass es hier keine Fehler gibt. Es gibt nur unterschiedliche Vorgehensweisen. Und das bete ich auch in meinen Coachings immer wieder herunter. Es geht hier einfach darum, ein spielerisches Mindset zu bekommen. Etwas funktioniert nicht, na dann, dann kommt es halt mal weg. Oder ich versuche es anders. Ich habe zum Beispiel schon gefühlt zehnmal meine Wochenplanung umgestellt, weil es hat nichts auf Dauer funktioniert. Und ich habe realisiert, dass gerade das die Regel ist. Bei mir darf es sich immer wandeln. Jetzt funktioniert gerade die Strategie, ein Wochenziel zu haben und alles darauf auszurichten. Vorher war es strikt, jeden Tag eine Kategorie Arbeit zuzuteilen. Und vermutlich geht es auch da wieder zurück zu einem anderen System. Solange es funktioniert, ist alles okay. Und wenn dazwischen mal ein bisschen Chaos ausbricht, ist es auch okay. Und wenn du schon dran bist, neue Strategien zu finden oder alte ein bisschen umzubauen, dann baue dir daraus eine Toolbox. Irgendwo müssen diese Strategien festgehalten werden. Am besten in Kategorien aufgeteilt. Oder ist das einfach meine autistische Seite, die jetzt aus mir spricht? Egal in welcher Form. Wenn du es brauchst, mach es so, dass du diese Tools und Strategien irgendwo siehst, darauf zugreifen kannst und sie nicht vergisst. Speaking of Box. Baue dir auch eine Notfallbox. Ganz ehrlich, es wird immer Zeiten der Paralyse und Blockaden geben. Zeiten, in denen wir keine Energie auf unserem Energiekonto haben, weil unser buntes Brain davon so viel braucht und wir auf unsichtbare Hürden im Alltag stossen. Darum kann ich dir nur raten, in guten Zeiten eine Liste von Dingen anzulegen, die dir helfen, durch diese schlimmen Zeiten zu kommen. Solche Sachen wie, was ist das Minimum, was ich in solchen Zeiten tun kann? Was ist jetzt gerade mein Bestes, was ich geben kann? Denn das wandelt sich manchmal täglich. Und was sind Sachen, die mir generell gut tun in solchen Zeiten? Und welche Personen können mich vielleicht unterstützen? Okay, das war wohl wieder klassisch. Too much information. Upsi. Nimm dir einfach einen Teilbereich davon vor und eben nicht alles aufs Mal, bitte. Und wenn du Unterstützung brauchst von einem gleichgesinnten Brain, du findest mein Angebot, wie gesagt, und die Links unten. Wenn du magst, kannst du auch Mitglied auf meinem Channel werden oder mir ganz einfach einen Like und Abo schenken. Was auch immer du entscheidest oder gerade kannst. Danke, dass du da bist. Bis bald. Tschüss. Tschüss.